Erste. Das ist richtig, richtig gut, was Cameron Metzies da auf dem Doppel macht. Und Rusty ärgert sich, dass er hier das 0 zu 2 kassiert. Aber ist es der Satz, mit dem er eigentlich jetzt in die Partie reingekommen ist? Mit 2, 1, 4. Ist sauer am Hals. Schmeißt den einen da drunter. Cameron Metzies 2.